Hallo, ich bin Kai von Kostal und liebe Installateure, heute sage ich euch, warum ihr die Smart Warranty Aktivierung für eure Kunden durchführen solltet. Zum einen erhalten eure Kunden dadurch bis zu 10 Jahre Garantie auf ihren Wechselrichter. Ihr bekommt innerhalb der ersten fünf Jahre im Austauschfall eine Servicepauschale. Es unterstreicht euer professionelles Auftreten beim Kunden. Und als kleines Dankeschön gibt es für den Webshop ein kleines Guthaben von uns dazu. Wie das ganz einfach geht, zeige ich euch jetzt anhand der Kostal Solar App. Dazu öffnet ihr die Solar App, wechselt einmal unter Einstellungen in den Pro-Modus, klickt einmal auf Smart Warranty Aktivierung, scannt den QR-Code ein und sagt Smart Warranty aktivieren. Daraufhin öffnet sich der Webshop. Ihr klickt einmal die Anlagendaten, das heißt einmal das Inbetriebnahmedatum wird ausgefüllt, die installierte PV-Leistung wird ausgefüllt, Standortdaten und Land. Einmal E-Mail-Bestätigung senden, falls es nicht aktiviert ist, anhaken. Auf Garantie aktivieren klicken und dann bekommt ihr schon das Garantiedokument per E-Mail zugeschickt und könnt sie dann den Unterlagen für euren Kunden bereitstellen. Wie ihr dann im Anschluss noch die Portal-Registrierung durchführt und die Portal-Anmeldung, das zeigen wir euch in einem weiteren Video und verlinken das unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.